hallo hallo also uns muss ich mit giften ja und ich habe marvin dabei scheiße machen wie kein geld hier nichts da ist ein bummkin da ist noch ein bummkin da ist noch einer bummkin ab batavi oder fort fort kann man auf 2 hinweis haben auf geht's ah die fliegen mal irgendwann hoch wenn 30 meter weg ist schon ein bisschen fliegen sagt schöne eierkopf schöne eierkopf schöne eierkopf schöne eierkopf also halbziger oh scheiße da hätten sie noch eine da ist eine kutsche da war wieder ein marvin verdammt jetzt eine kutsche ich will marvin die welt zeigen marvin guck dir die kutsche an ja marvin das feuer das feuer fliegt dich zu nahe mein kleiner freund rüdiger nennt verdammt da platz über den koppel einfach der kopp geplatzt weiß scheiße ich aber schon mal die miete jetzt die dinger ja stimmt das weiß hier ist boss ja und wir sind popkin popkin noch einen bummkin ich hab ne sticky für madame naja dann treffen wir ja schon noch ein bummkin hallo ja kannst du haben hast du mitgenommen ja ist dir aufgefallen wenn du an der leiter stehst und du dich drehst dann die leiter loslässt aber eigentlich nicht was ist das denn mir sieht aus ob du einen baum hochgibst du ja hast du gut gemacht was ist das denn hallo ja mal schöne socken kommen wir mal runter ja jetzt kommen wir mal runter ja jetzt kommen wir mal runter hallo hier ist einer reingelaufen na klar ist er jetzt einer reingelaufen nein läuft einer ist denn die hülle da reingelaufen hat ja ja der dicke ist denn mit her gerannt scheiße scheiße einen hab ich sehr gut haben wir mal auch ist er hinter mir ja ja ist hier nach oben ich äh aber ich sehe doch eine ist auch so ein abend ganz kurz gesehen ganz komisch das ist dunkel das ist kein häuschen freigelaufen unter uns ja ich habe nicht gesehen ich glaube ich im nebenhaus naja ich saß ja in der toilette der schleicht irgendwo ist der unten beim boss drin ja ne der ist bei mir hier oben ja vor mir ja ja aber wir haben mich dann getroffen hier oder weh mit gifte mit blutung das brot immer noch nicht ja draußen komm ich dann muss ein malung sein smash achste ne nur nicht da hin der saß im toilette und hat die tür aufgelassen das brot immer freudig ja ich mal gucke so ne ok hier da liegt da rum ist das andere Achtung Achtung der andere ist hier konto war geiles geräusch weiter weiter hier kommt da hinten rum ja da ohne ja ich habe die musik dann fast wo ist der denn hier wusste ich auch da ja aber ich konnte die juli den musik vielleicht auch so die wert hier von dem genommen kurz ach so geile musik ja dann war dann langweilig weil das jetzt okay aber alles voll na klasse loops wo sind denn die hunde wo sind die da alter also fest zugeschlagen der vierten hast du einen krassen schlager zwei ist danke hast du nicht sein das geht wo die dabei nee ich habe auch sind und wird ihn dann habe ich das schuld machen ich sehe nicht und ich rieche nichts denn was auch nicht was war es auch nicht diese grad raten habe ich doch irgendwie weg verschwinden gesehen als ob hier hey ja da haben wir irgendwo geflogen ich habe nichts gesehen da ist auch so schlecht die animation gewesen der zombie stand die ganze zeit da hat der gesehen hat er von der ecke kommen oh warte ich habe ja noch meinen job zu tun ich muss jetzt hier essen im moment ich muss runter so was ich tue hey hey von der zenten ja da sind zue einer wo es weiter geht ach vor mir ach genau er hat hit hat hit hit schnauze hier ich will schnell retzten er ist weit weg glaub ich 2 aus 200 315 noch zwei sind die teile ich glaube ich gehe rein weil wir jetzt hier draußen stehen ja da war da hinten ich habe nicht abgegeben aber ich höre aber noch was da hier drin und auf dem dach aber wir laufen die hier höre ich was hier ist kein eingang der ist kacke wo ist der der zlack der zlack der zlack der zlack der zlack und wo denn hinter der mauer guck mal ob der neuer ist nämlich das gefühl dass es irgendwie verpackt war gerade eben heute nicht gesehen ich bleibe bei der mosin ok ich bleibe bei der mosin ok ich habe dass sie was waren weil der ist ja der ist ja komplett rüber gerannt ja stimmt auch gifter drin feuer nichts gesehen ich gucke hier vorne nochmal na sind die runtergekommen aber wo ist hier der lange lauf der andere von lorcen gerannt hat dann gemerkt oh mein partner ist ja tot hier sind doch fallen pass auf wenn nämlich gift gewesen ja dann gehen wir raus jetzt haben wir nichts liegen lassen was solltet ja 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 das ist ja das war ein 4 von 6 du kannst dich auch mitgeben machen ach so komm schon ich hab echt keine Muni dann liegt es mir na klar die dicke warte und ausdauersputzen ist egal aber eine kleine hast du die dinge mitgenommen ja ja gut ja keine hunde mehr nix gar nix hallo keine mehr gar nix zwei noch zwei noch warte doch ach so war schon leer was Alter geil, ey, unnormal, ey. Was ist denn? Warte, ich hab die Autopferd. Ja, das will ich nicht, geh weg. Ja, das will ich nicht, geh weg. Ja, ich will dich nicht erschrecken, ich hab einfach nur seine Richtung geworfen. Ja, so. Jetzt am. So schön. So schön wie du. Kann kein Karamellbonbon sein. Hm, weiß ich nicht, Digga. Das heißt ja auch so süß, hast du recht. Siehst du? So süß wie du, kann kein Karamellbonbon sein. So, was haben wir da leckeres? vier stück konfitüre es ist richtig vergessen warum aber dann ist auch wegen südfrüchten und so und das ist die zitrusfrüchten vereinigung hat es damals 1791 mit konrad konrad von 314 keine sehr gut schön spaß gemacht natürlich servus zehn minuten bis zum flughafen